Die Baldur's Gate Entwickler sprechen jetzt schon über mögliche DLC-Pläne, Call of Duty Modern Warfare 3 wurde offiziell angekündigt und Microsoft arbeitet angeblich schon an einer neuen Xbox. Heute ist der 8.8.23, bitte hört auf Roman wegen des getöteten Hundes zu dissen, er hat geschworen sich ab jetzt zu benehmen und alle Tiere im weiteren Spielverlauf zu verschonen. Und diese Ausgabe der News wurde sitzend erstellt auf und wird präsentiert von den ergonomischen Gaming-Sitzen von Recaro Gaming, der Supporter für dein nächstes Game. Danke für die Unterstützung und jetzt geht's weiter mit den News mit Jules. Baldur's Gate 3 beschäftigt euch über hunderte von Stunden, aber vielleicht denkt ihr jetzt schon darüber nach, wie es nach dem Mammut-Abenteuer weitergehen könnte. Gibt es möglicherweise sogar einen DLC? Darüber hat sich Larian, CEO und Baldur's Gate Director Sven Winke nun in einem Interview mit PC-Gamer geäußert. Man habe noch nicht mit einer Erweiterung begonnen, sagt Winke. Die Stufen 12 bis 20 seien im Dungeons und Dragons-Regelwerk nicht so leicht umzusetzen, besonders was potenzielle Antagonisten angeht, mit denen man umgehen muss. Das Ganze erfordere jede Menge Entwicklungszeit. Das Maximallevel in Baldur's Gate ist 12, im Tabletop ist das häufige Endlevel 20. Diese Lücke zu füllen würde deutlich aufwändiger sein als eine gewöhnliche Story-Expansion, so Winke weiter. Daher würden viele D&D-Abenteuer Stufe 12 als Grenze setzen. Das Ganze sei nicht so leicht, wie es zunächst aussehe. Dazu kommt, dass Baldur's Gate ja unzählige verschiedene Variationen des Endes hat, an die man in einer Erweiterung irgendwie anknüpfen müsste. Es sei denn, die Erweiterung würde noch während der laufenden Hauptgeschichte stattfinden. Was sagt ihr denn zu dem Thema? Würdet ihr euch über einen DLC freuen? Oder seid ihr komplett fein damit, dass Baldur's Gate eine runde und abgeschlossene Erfahrung bietet, die ja nun nicht gerade kurz ist? Endlich ist es offiziell. Nach vielen Spekulationen und Leaks wissen wir, dass Call of Duty 2023 tatsächlich Modern Warfare 3 heißen wird. Die Entwickler teasern den neuen Shooter mit einem kurzen Trailer an und enthöhlen dabei das Release-Datum. Am 10. November 2023 ist es schon so weit. Dass auch 2023 ein neues Call of Duty erscheint, war schon so sicher wie das Armen in der Kirche. Dass es sich dabei um Modern Warfare 3 handelt, ließ sich bereits aus zahlreichen Insiderberichten und Leaks schließen. Die offizielle Ankündigung dürfte also niemanden mehr so recht überraschen. COD 2023 wird ein direkter Nachfolger zu Modern Warfare 2 aus dem letzten Jahr. So wird vermutlich auch die Story direkt anknüpfen und sich um den Schurken Makarov drehen, dessen Gesicht auch kurz im Teaser zu sehen ist. Zum ersten Mal in der Serie werden dabei freigeschaltete Waffen und Operator in das neue Spiel übernommen. Gerüchten zufolge soll Modern Warfare 3 auch die klassische Minimap alter COD-Teile zurückbringen. Zudem werden Perks an ein neues Gearsystem gekoppelt. Gelegte Screenshots verraten zudem die Rückkehr zweier bekannter Maps, Terminal und Scrapyard. Call of Duty Modern Warfare 3 wird primär von Sledgehammer entwickelt. Mehr Infos zur Fortsetzung erfahrt ihr auch bei den Kollegen auf GameStar.de. Arbeitet Microsoft womöglich bereits an einer neuen Xbox? Das will ein gut vernetzter Insider erfahren haben, der im Xbox-Era-Podcast davon berichtet. Demnach will Microsoft eine weitere Variante der Xbox-Series-Konsole auf den Markt bringen, die sich zwischen der Series X und Series S angesiedelt und sich dabei an der PS5 orientiert. Das neue Modell soll nämlich wie die Xbox Series S auf ein Laufwerk verzichten, leistungsmäßig aber auf dem Niveau der Series X sein, also genauso wie die Digital Edition der PlayStation 5. Preislich könnte man also damit rechnen, dass das neue Modell etwa 100 Euro günstiger ist als die Series X, so wie das bei der PS5 auch der Fall ist. Das Ganze ist natürlich noch ein Gerücht, aber ganz unlogisch klingt dieser Plan nicht. Spannend bleibt auch, ob Microsoft weiterhin an ihren aktuellen Richtlinien festhalten, dass alle Spiele auf allen Series-Konsolen die gleichen Gameplay-Features bieten müssen. Im Falle von Baldus G3 führt das ja gerade zu einer Release-Verschiebung auf unbestimmte Zeit, da man den Splitscreen-Koop auf der leistungsschwächeren Series S einfach nicht zuverlässig zum Laufen bekommt. Und jetzt meine Frage an euch. Ganz ehrlich, falls ihr ne Next-Gen-Konsole mit Laufwerk gekauft habt, wie oft habt ihr das bisher benutzt? Ich nämlich genau einmal, vor zwei Wochen für meinen Herr-der-Ringe-Rewatch. Gehört ihr zu den vielen Diablo 4-Fans, die seit dem Season 1-Start frustriert sind? Dann wartet ihr vermutlich schon ungeduldig auf Patch 1.1.1, der sich vielen Kritikpunkten annimmt, die nach dem letzten Update aufgekommen sind. Der Patch kommt heute, am 8. August, vermutlich wieder zur üblichen Zeit, also um 19 Uhr deutscher Zeit. Er wird auf allen Plattformen ausgerollt, also PS4, PS5, Xbox One, Series X und S und PC. Die Patch-Notes hat Blizzard bereits letzte Woche veröffentlicht. Daher wissen wir schon, welche wichtigen Änderungen drinstecken. So sollen in der neuen Version Zauberin und Barbar, die fast schon zu Tode generften Klassen, wieder stärker werden. Einen Buff bekommen aber auch alle anderen. Daneben wird aber auch an vielen weiteren Punkten geschraubt. Generell soll sich das Spielerlebnis dadurch wieder belohnender anfühlen, weil ihr auf mehr Gegner trefft und mehr Legendaries erhaltet. Die vollen Patch-Notes gibt's bei den Kollegen von GamePro, ich verlinke sie euch in der Videobeschreibung. Die erste Season in Diablo 4 ist am 20. Juli gestartet. Dass es seither in der Community brodelt, liegt weniger an den speziellen Mechaniken der Saison der Boshaftigkeit, sondern an den anderen Parametern, an denen geschraubt wurde, also beispielsweise den angesprochenen Nerfs. Es bleibt zu hoffen, dass Fans mit dem neuen Update wieder mehr Spaß an der Season-Reise haben werden. Patch 10.1.7 für World of Warcraft Dragonflight erscheint am 6. September. Ein Zwischenpatch zwischen 10.1.5 und dem großen 10.2-Update, das unter anderem schon den Prolog für die kommende neue Story-Kampagne liefert. Außerdem gibt es die sogenannten Traumsprünge als neue Public-Events, Traditionsrüstungen für Nachtelfen und Untote, die sich mit neuen Questlinien freischalten lassen und damit verbunden auch gleich noch neue Anpassungsmöglichkeiten für beide Völker im Charakter-Editor. Der neue Fünf-Mann-Mega-Dungeon, der mit dem letzten Update erschienen, wird außerdem zwei geteilt und ist nun auch auf dem heroischen Schwierigkeitsgrad verfügbar, um ihn zugänglicher zu machen. Es gibt außerdem neue Inhalte für das Drachen-Reiten. Bei der Community kommen die neuen Inhalte tatsächlich ziemlich gut an, Dragonflight stellt eine deutliche Veränderung im Live-Support des MMORPGs dar, mit deutlich mehr kleineren Updates und viel mehr Veränderungen innerhalb der Lebensspanne einer Erweiterung, als wir das vorher gewohnt waren. Der große Patch 10.2 wird dann später im Herbst erwartet, es ist außerdem nicht unwahrscheinlich, dass wir dann schon erste Infos zur kommenden großen Erweiterung bekommen. Und das waren die heutigen News, vielen Dank fürs Zuschauen und Abonnieren! Wenn ihr keinen Bock mehr habt, auf Starfield zu warten, dann schaut doch mal rein in unser Preview-Video zu Spaceborn 2, das geht in ne ganz ähnliche Richtung. Bis morgen und denkt immer dran, ihr seid wunderschön, lasst euch niemals von irgendwem etwas anderes erzählen! Euer Jules! Das war das!